Guten Morgen! Ich bin sehr dankbar für die Übertragung. Ich bin sehr dankbar für die Übertragung. Ich möchte mich erstens bedanken für alle die Gebeten in diesem Projekt. Mein Schwerfuhrer, der stirbt mir immer fast. Das war eine schwere Zeit für unsere Familie und besonders für meine Schwermame. Ich möchte mich bedanken für die Gebeten, die uns gebeten haben. Ich wollte nur sagen, dass wir besonders in dieser Zeit verloren haben. Das ist nicht gleich, sondern besonders in dieser Zeit. Wie hier in Ontario so eine schwere Zeit wird. Die wir einfach alles trauen. Wir haben so eine schwere Begriffnis geblieben in dieser Zeit. Ich wollte das jetzt sagen, dass wir so eine schwere Zeit durchgehen müssen. Ich möchte mich nur bedanken für alle Gebeten. Wir sind in der Filippa-Fahrer. Wir sind in der Feuerbahn 8. Wir sind wieder und durchgegangen. Wir haben diese Videos nicht genannt. Wir haben in unserem Leben so besorgt. Wir sind in der Feuerbahn 8. Wir haben alle gebeten, dass wir auf die Feuerbahn 8. Wir haben so eine schwere Zeit. Wenn wir in diesem Zeitraum haben, haben wir besonders Schwierigkeiten. Gerade in der Welt, wenn wir in der Welt kennen, haben wir Schwierigkeiten. Wenn wir diese Krankheit haben, wo wir in der Raum haben. Wir haben so eine Besorgung von der Regierung. Und wo wir glauben, dass wir das immer stoppen. Und wo wir dort alle sagen, dass wir Menschen leben können. Und wissen, was da fehlt. Und doch, einer weiß nicht, wo einer dort soll. Oder nur gehen, was die Regierung sagt. Und besonders auch so viele Menschen, als wir in dieser Zeit so viel sind allein gewesen. Und durch eine Zeit, wo wir so besorgt waren und ewig waren, wenn es nicht für Gott geplant hat für uns. Gott hat uns gemerkt, dass wir mit Menschen top sein sollen. Und dass wir einen Motor sprechen von einer von den anderen. Und so, das ist eine große Ausreicherkeit in dieser Zeit besonders. Und so, da werden wir in dieser Zeit geraten. In dieser falschen Durchgang. Und zu sagen, was hat Gott für uns in der Welt können, wie wir seine Freiheit haben in unserem Leben. Und so, wir wollen von der Welt reden, von falschen Feuer. Und wir reden von verschiedensten Dingen, wo wir uns können freuen. Und so, wir haben auch vorgelegt, wo wir uns können freuen. Und Gott seine Sicherheit. In seinem Mitleid. In seiner scholarship ein. In seiner Heil ashamedigkeit. In den letzten Mal reden wir von, weil wir uns können freuen. In Gott seine Freiheit. In seinen Mitleiden. Und am Anfang war wir von, wie wir uns können freuen. In Gott seine Freiheit. In seinem Mitleid. Und von der war ich vorweg zu reden. Von, weil wir uns können freuen, in Gott seine Freiheit. In seinerwehren. In Gott seine Freiheit. und wer wir sind mit Jesus. Was wir Jesus haben. Von dem waren wir betätigt, ob das genug in uns Leben ist, weil wir zum Glauben gekommen sind. Gott ist genug, das uns erraten, und das ist ein wunderbares Ding, das ist das ganz geradeste Ding über Gott ist genug, das in dem, was wir im Glauben sind, nur dort in uns leben. Und so, wer wir auf einmal mit Verschfeuer lesen, und wer will sagen, was das genug noch in uns leben, wann wir erst zum Glauben gekommen sind. So, Verschfeuer, in Philippafeuer, sagt, freut euch immer im Herrn, und euch sagen noch einmal freut euch. Die Bibel sagt, dass genug Dinge noch in uns leben, als wann wir erst zum Glauben gekommen sind. Und so, wir können uns freuen, dass Gott sind genug, der uns erreicht für den helligen Gott. In Titus 3, Vers 7, sagt er, dass wir nicht genug sind, die gerechtfertigt worden sind, weil wir das Leben haben. So, dieser Vers, der spricht von Hütening. Und was denken wir, wenn wir denken an Hütening? Und und was denkst du, wenn Menschen reden von Hütening? Ich werde auch noch wissen, dass er eine einzige Mal dort wird, dass ich hoffe, dass er noch mal im Himmel kann. Wir verleten uns dort ab, dass er vielleicht genug kann, dass er noch mal im Himmel kann. Und wir brauchen dort ein bisschen, wenn er das Wort wird brauchen, von ich hoffe, dass er nicht mehr oder ich hoffe, wir haben eine gleichwertige Reis, nur da und da steht. Ab so weit braucht er das Wort. Und das ist nicht was die biblische Meinung als Verhubung ist. Das ist nicht in der Bibel. Und so, im Osten Testament du hast das Wort in Hebräer Beter. Und das hat die Meinung von Sicherheit. Und so, das kommt mit kein Zweifel. Du hast kein Zweifel in das Wort. Und im Neuen Testament du hast dort in der griechischen Sprache dort ist Alpiso. Und so, in Hebräer 1, du sagst, dass der Glauben ist die Gewässheit, dass wir dort schrien wollen, ab was wir hüben. Und es ist ein Nicht-Twiebeln und dort, was wir nicht sollen. So wie kann hier sein, dass die biblische Meinung von Verhubung dort ist nicht in der Fall von uns gelehrt, was Verhubung meint. Und so, wir brauchen das Wort ab, so war ich in der Fall, was dort nicht schafft mit der biblischen Meinung von Verhubung. Und so, wir waren beraubt, dass wir keine Antwort geben für das Verhubung, was wir in der Hand haben. Und wenn wir denken an Verhubung, wenn wir denken an dort, vielleicht dort und vielleicht dort, dort ist nicht eine Sache gekehrt. Dort ist nicht eine Hübung, wo einer sich wird die Hand abbilden. Und so, in 1. Petrus 3, Vers 15, da sagt es, dass der überherrliche Gott, dem Herrn in jenem Hort, sieht einmal mit einer Unvertreut, für die eine Grundvaterin für die Hübung, die wir haben. Bloß dort, dort, läuft in Respekt voll. Auch die sind beraubt, dass wir einmal eine Unvertreut haben. Für die wird eine Unvertreut für die Grund, was wir haben. Wenn einer denkt, ohne Grund, dort ist so, wo eine Sache absteht. Und so, wir sollen eine Unvertreut haben für die Hübung, die wir haben. Und so, und dann das nächste Ding ist, dort, dass ihr nur dort an den Weich merkt, nur Gott. Und so, dort wir können mit einem reden, und wir können haben Gemeinschaft mit einem. In Epheser 2, Vers 18, du sagtest es, durch Jesus haben wir alle Bäder, durch einen Jesus, den war ich nur dem Fuhrer. Da war ich erst gemerkt, durch Jesus für uns, dass wir nur den Fuhrer kommen. In Rheuma 5, Vers 1, 2, du sagtest es, wie durch den Glauben gereicht worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den uns, der war ich aufgehend nur der Genug, in dem wir stehen, und wir freuen uns in der Hoopning, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Hier war es so, wie in dieser Vers, dass wir haben Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und so, durch den uns der Weich aufgehend nur der Genug. Durch Jesus hat uns der Weich aufgehend nur der Genug, wo wir beim stehen. Und das sagt, dass wir freuen uns in der Hoopning. Und das ist, wo wir davon reden, dass wir uns können freuen in der Hoopning. Wir können Gott seine Herrlichkeit sein. Das ist, wo wir davon reden. Und dann das nächste Ding ist, dass wir genau das uns darstellen und uns lernen, wo wir leben können, dass wir Gott ehren können. Und heute ist zwei Versen auf, was gerade hier untersuchtet ist, dass wir als Gott seine Seilig merken, dass wir alle Menschen vor und auch gekommen sind. Das lässt uns auch der Gottlose und weltliche Liedenschaften auf sein, uns zu beherrschen und abrechtlich in Gottes fürchtlich in dieser Welt zu leben. Während wir nur der selbe Hoopning lernen, dass uns grauter Gott in Hell und Jesus Christus in Herrlichkeit kommen wird. Das ist ein wunderbarer Verschen, dass wir können sagen, dass genug uns dreist sagen, dass wir so leben können, dass wir Gott ehren können mit uns leben. Wir können Gottlose und weltliche Liedenschaften auf sein. Dort ist genug in uns leben. Und dann das nächste Ding ist, dass genug gibt uns besonders jessliche Rechtlichkeit. In Epheser 2, Vers 7 sagt er, dass heute in der Zukunft uns in Christus Jesus bewiesen können, wo vertragliche Recht und Säure Gott hat uns gehalten. In Hebräer Vers 18 sagt er, wenn wir von voll Vertrauen in um genudentrauen gehen, dass wir mädchen kriegen und genudeln für die richtige Zeit, wenn uns die Hilfe fehlt. Wir wissen, dass wir können genudentrauen gehen und genudeln für die richtige Zeit, wenn uns der Hilfe fehlt. Paul versteht diese genudel versteht, was sein Leben geändert hat, und was seine Zukunft geändert hat. Ich denke, dass ich von genudel in meinem Glauben gekommen bin. Ich weiß, dass genudel hat mir geraten, aber ich verstehe nicht, was genudel in meinem Leben ist. wenn ich geraten wird. Das wird eine Reise, was ich muss genau verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass ich in den Glauben gekommen bin. Ich habe einen ganz frischen mit Gott gefunden. Ich weiß, dass wir nicht machen. Paul sagt, es sagt, dass wir nicht machen. das oft Essen nicht machen. Es wurde oft gelehrt. Wenn wir in Glauben kommen, es ist kein Anfang. Die Dinge, die wir haben getan, dass wir nicht mit mit Glauben mit Glauben mit Glauben mit Glauben. Dass unsere Sünden mit Glauben mit Glauben mit Paul ist ein Mensch, der seine Vergangenheit mit Glauben was Gott braucht. In Philippa 3, 13, 14, sagt Paul dass ich habe, dass ich verletze, Ich habe den Priester bekommen, dass Gott mich vom Himmel in Christus Jesus beraten. Paul von einem menschlichen Ausblick hat jeder Ausblick mit seinen Menschen im Glauben mit dem Gott hat. Ich verletze, dass Paul hat verletzt, was er nicht sein Ziel sagt, was er weiß oder was er getan hat, aber sein Ziel wird nicht über Jesus Christus und was er getan hat. Er das in Vers 12 sagt, danke an Jesus Christus für meine Arbeit zu tun. Paul weiß nur Gott zu tun, wenn Gott ist, wenn ich eine Rede in Last weiß nicht mit Gott nicht mit Jesus geht. Er sagt, 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 er sagt, er er sagt, er sagt, er Gott in Gott sein sein Leben regieren. sagt, er er kennt ihn nicht, er kennt ihn nicht. Er weiß nicht, was er getan hat. Er sagt, er sagt, sagt, er sagt, sagt, er sagt, er sagt, er sagt, voll unternehmen in die Glauben ist, Christus in diese Welt gekommen ist, der Sender soll nicht mehr. In einem Versatz sagt, er sagt, er sagt, soll sein, Jesus Christus seine Geduld mit den geratzen sind. Paul sagt, er wisst, was er tut, wer er wie in Jesus Christus hat. will nie aufhangen an Jesus Christus er sagt, sagt, er sagt, er ist ein Gott traf in all Ewigkeit, Er hat alle Ehe und alle Herrlichkeit. Paulus wusste, was Jesus für ihn getan hat. Er wusste, dass wir nie aufhören, was für ihn. Er sagte, dass er seine Vertrauen auf Jesus Christus sagt. Ich wollte, dass er Jesus annehmen hat, als ein junger Christ, er sagte, dass er von uns hier leben wird, dass er von Frieden Gott uns mit ihm geben will. Ich bin so sicher, dass ich die Friede in Jesus Christus habe. Ich lege nur diese Friede. Aber was ich muss lernen aus dem jungen Christus, ist, dass es ein neuer Aufhang für mich ist. Gott will mich nicht nur sagen, dass ich nicht nur in der Heilung bin, aber Gott will, dass ich für ihn ein wunderbares Leben leben soll. Und Gott ist nicht genug, der uns halten soll, so dass wir Gott verherrlichen in unserem Leben können. So dass er das gefällt hat. Ein Teil von uns haben wir vielleicht ein richtiges Verständnis von ihm, aber wir haben noch nicht ein volles Verständnis von ihm. Ich habe einen Träbel, dass ich immer Menschen, die meine Vergangenheit in meinem Christlichen Leben nennen, bringen, dass mir die Freiheit von Gott hat für mich in meinem Christlichen Leben. Immer wahrer, dann sind die Friede, ich muss mal, wer du hier warst bist. Gott kann dich nicht brauchen für solche Dinge erwähnt, was du hier getan hast. Und ich, Leute, immer wahrer, meine Sinn, was in der Vergangenheit war, nennen wir in meinem Leben, in der Zukunft, was Gott für mich hat. Der nie ein Anfang. Und Leute, die Friede dort brauchen, zu mir treuern, was Gott hat für mich. Dort alle ist weg und dort nie ist gekommen, wann wir dann Jesus annehmen. Und wir möchten leben in der Genur alle Dage. Und so, wann wir, ähm, wann wir, ähm, wenn wir den Frieden immer waren, die Dinge, die wir vorhergedoen haben, oder wir Jesus annehmen uns ans Heiland, und die sind dann bedacht werden. Dann, wenn wir den Frieden unsere Zukunft regieren, und wir nicht uns brauchen für Gott, dass er uns brauchen wird. Und er will das alle verdorben, was Gott will in unser Leben tun und durch uns. Und das hat er uns treuern, in der Freiheit, was eigentlich du kann leben, während wir Jesus in unserem Leben haben. Und das ist, das ist ein wunderbares Bild von, was wir euren werden ungeißen, dann werden wir unhebten, und wir werden ganz verloren, und wir werden nach dem Weg in der Halle. Aber wenn man mit Jesus ist, dann sind eigentlich du frei. Dann haben wir nie einen Anfang. Und das ist bloß für uns, was wir in unserem Vertrauen auf den Heiland, Herr Jesus Christus. Und so, die Frage von dir ist, hast du diesen neuen Anfang gekregen? Hast du dein Glauben gesagt auf den Herrn Jesus Christus, wer die kann raten? Und das ist genug. Er hat genug an uns, und das ist genug an uns. Und das ist genug an uns, das ist genug an uns, und das hilft uns, dass wir so leben können, wie Gott das will haben. So, wenn wir das neue Leben aufhangen an den Herrn Jesus Christus, dann ist es sehr wichtig, dass wir aufhangen zu lernen, was Gott sind genug in uns leben, so dass wir eigentlich kein Leben haben, dass wir nicht immer werden, den Feind, der Dinge treibringen in uns leben, und der Dinge brücken in uns leben, damit wir uns treibringen, von Jesus so nur folgen, aus Gott will haben. So kann ich nicht sagen, das Polen sagt, dass ich für jeden, was hängt an mir an, und ich rege dort, was für mich ist. Für die von uns, die wir vielleicht noch hören, und wir denken, ich kann den Feind tun, das Dinge verdorben in mein Leben, was Gott will da und wenn es immer war, dass ich die Dinge treibringen in mein Leben, was ich verheir will. Was das Polen sagt, dass wir für jeden, das meint nicht, dass wir für jeden wieder nicht mehr, und denken über ein Ziel, was Gott hat für uns, von hier für wieder. Und nicht den Feind, die Dinge brücken, um uns treibringen, was Gott hat für uns. Wir können uns freien, und Gott sind nicht genug. Wer will losgehen, auf das Ziel, das Wort Polen sagt, auf das Ziel, dass der Priesterkrieg, der mich vom Himmel, und Jesus Christus, und Jesus, die Tauber auf dem Hafen. So, was auch so steht, wer war an Ziel, auf den Priesterkrieg, die Jesus Christus, die Tauber auf dem Hafen. Wenn du von dir bist, belut, und hast du zwei Dinge, die euer, die Jesus gehandelt ist. Dann werfen wir die Dinge, in den Krieg zu bringen, und werfen wir die, du luten. Wenn es Gott hat, Jesus hat betont, für die Sünden. Und er will nicht haben, dass wir die selten mitlassen, und dass die Dinge uns drehen, von ihm zu tun. Und so, in Jesus Christus, dass wir sagen, dass wir uns freien, und Gott sind genug, und wir können die Friede Gottes haben, in uns Leben, so dass wir uns freien, dass wir ihn so tun können, als er das Gefühl hat. Nächste Mal, wenn wir uns immer freien, dass all die Dinge, die in uns christliche Leben passieren, dass Gott die, der Taubbring, für uns geht es, und für seine Herrlichkeit. Nächste Mal, dann kommen die Dinge, in uns Leben, und dann denkt einer so, was von geht es, kann hier nachher kommen. Durch diese schwere Taten, wo ich durchgehe. Aber wenn wir Christen sind, dann können wir uns vertrauen sagen, dass was immer in uns Leben passieren wird. Wenn wir uns vorhören an Jesus, und wir wissen, dass wir alle Dinge brauchen, in uns Leben, so dass dort der Sehnblut in uns Leben, was alle toll wollen, dass es heute war. So, komm drei, nächstes Mal, Gott ist sehen, die und alle, Dankeschön, für mit uns sein, und topwosten in Gott sein wird, Gott ist wunderbar. Und heute, wird unser Leben am Ende, und wie kann, und die genügend tun. Nicht, dass wir gerade sein, in die genügend, und auch, dass wir genügend uns da halten, dass christliche Leben überleben. So, Gott ist sehen, mit nächstes Mal, Dankeschön. und jetzt sehen wir uns bei einem